so moin leute wir machen jetzt fachrunden kreative snacken uns zuerst sind so ähnlich jetzt sagt das ist dann red doch das war auch gerade bei mir ich bin einfach schlecht einfach schlechter ja das ist das fehlen das ich meine leute der andere den stumm ich erst mal wieder mich abknallt noch das ist halt auch dieser ergenlose na einfach schlecht ich habe gesagt ich will denkst du beim sturm schalten dann schießt mich doch nicht dabei haben und so ich habe dann aber jetzt sehr stumm geschaltet warum kriegst du denn eigentlich nicht und direkt was auch was komplexe nein bei youtube mache ich keine musiker das fakt den leuten auch ab weil ich nehme gerade auf und dann mache ich das als video ja jetzt sicher jetzt auch ein ich weiß aber noch nicht wie das geht gucke ich erst nachher ja da steht guck mal das ist wieder der rufen einfach schlecht er ist halt einfach schlecht leute guck rufen einfach schlecht einfach schlecht und wenn ihr mich und wenn ihr mich fragte was ist sein so also wie sieht sein haus aus das ist die mülltonne neben mir so jetzt hole ich den 31 haben hier bis zum flex flex ja genau leute das richtig gemeint so hier guck jetzt will das rain ratatata egal schießt doch nicht die granate zu und dieser fan freut sich halt wenn er uns mit granaten holt dann macht schule keinen plan ja ja aber nebenbei schule und so fragt was und dabei sorgt er halt nach geht doch oder nicht zuschauer und erst gerne auf jeden fall ein ab und ein leichter und irgendwann werde ich auch gleich wir haben jetzt die neun zum abonnenten wir sind knapp an die 20 als macht uns bitte die machten plis die 20 für die ganze zeit auf dem mit den granaten das war ich habe gerade vor die kommer zu mir und schießt mich nicht ab was was hast du wenn das war mir kommt und wird dann nicht am video verleidigen ein fischlegende kämpft da oben leger fischlegende hat zu führen wird er nicht jetzt beleidigen oder so war er das video wird ja dann gefiltert war und wenn ihr eine frage ab wie lange jetzt das video geht ja so 45 minuten denke ich mal so dass wir wissen gucken könnt wie man trainieren kann halt so und wie man am besten nicht fließt doch diese rube natin geholt hatte war es war das mal zwei gegen zwei mach warte nein achte ja ja ich bin runter gefahren konnte nicht mehr place bitte jetzt nicht am stream rum sprechen ja okay jetzt machen wir alle gegen alle war ja als dieses hallo für fuck leute da ist kurz raus geflogen aber wir sollten gleich weiter mit dem ort ja ok ja schon beigetreten ja genau genau es fällt es fällt es fällt rube nach aus die musik bitte oder ich muss dich leider wieder stamm ich habe ihn schon schon stumm gescheitert du weißt du ja aber wartet dann schießt mich ab ja aber warte wort das war gegen zwei wieder macht ja ich habe eigentlich gruppen wieder allerdings laut gemacht ja hab ich und jetzt wieder laut deswegen habe ich ja auch gerade gestoppt hör auf damit schon die ganze zeit also ich mache kaum videos sie ist neun aber nur ganz kurz und dann halt shop das weiß ich es wieder ich weiß was bei leuten gut ankommen mit videos auch du musst videos bis zehn schaffen also zehn minuten ein bisschen zu lang ist dann auch zu also halt auch ein bisschen nervig ja halt wenn die lange weite zu haben und bis zum trainieren können dann ja guckt euch auf jeden Fall das wieder wahrscheinlich können die von dir trainieren besser als bei dir doch doch gleich mal ein bisschen copyright musik an ok ja mal auf damit kannst du jetzt mal auf ja ich habe mich ausgemacht trotzdem so die ganze runde stumm fün ok du bist noch da warum redet eigentlich fischi nicht so ich beende jetzt das video leute ne aus lange weile oder beim essen könnt ihr euch das gerne angucken halt zur ende und ja und abonniert mich auf jeden fall please und lasst gerne ein like da und dann tschau